...bekommt, aber ich glaube halt die Zeit. Ja, Niklas Buchholz hat keine Chancen aussehen. Und für den dritten deutschen Niklas Buchholz ist das hier schon eine Zugabe, dass er hier starten darf. Den kassiert er jetzt auch noch ein. Und hast du gesagt, die ersten fünf kann er nicht mehr holen. Wart man ab. Ein Hindernis noch. Dann wäre er sogar direkt drin. Aber das sieht auch von der Zeit her super aus. Die ersten fünf sind durch. Niklas Buchholz läuft ins Hindernisfinale. Okay. Ah, völlig falsch wieder. Also ich habe es ja dann doch noch geschafft, mich irgendwie für die EM zu qualifizieren. Obwohl ich die Norm nicht hatte, bin ich über die Rangliste reingerückt, damit da auch 34 Leute an der Startlinie stehen. Und damit dachte ich, ich hätte alles erreicht, was ich je erreichen könnte. Nein, was ich dieses Jahr hätte erreichen können auf jeden Fall. Und ja, jetzt war hier gestern mein Vorlauf gewesen, auf den ich mich natürlich schon vorbereitet habe. Aber wo ich wenig Erwartungen hatte, dass da viel bei rumkommt. Mein Ziel war es eigentlich, mich nicht zu blamieren, um ehrlich zu sein. Weil ich wollte wenigstens Spaß haben beim Rennen. Ich wollte, dass die Leute mir zugucken, auch irgendwie Spaß haben. Und wenn ich dann der Letzter wäre, dann ist das halt nicht so. Aber ja, jetzt sitze ich hier einen Tag danach und ich war gerade trainieren, was absolut nicht eingeplant war. Ich dachte, ich habe Saisonpause. Weil ja, ich habe mich irgendwie qualifiziert fürs Finale. Es lief alles perfekt gestern, was hätte perfekt laufen können. Und ja, jetzt darf ich Freitag nochmal ran. Freitagabend in der Abendsession vor sehr, sehr vielen Zuschauern, glaube ich. Mit den besten Hindernisläufern Europas. Absolut verrückt. Und bei den Vorläufen ist es halt so, dass natürlich die Reihenfolge der Vorläufe wichtig ist. Ich war zum Glück im zweiten Vorlauf, was schon immer ein kleiner Vorteil ist. Weil ich konnte sehen, was der erste Vorlauf gemacht hat. Ich habe gesehen, die waren nicht so schnell. Und dann habe ich gewusst, wenn unser Vorlauf schneller wird, dann habe ich richtig gute Chancen, über die Zeit ins Finale zu kommen. Und ja, dann ist zum Glück der Frederik Ruppert, mein deutscher Kollege, vorne weggelaufen, hat das Tempo hochgehalten. Meine Devise war immer, das habe ich gelernt über die letzten Jahre Hindernislaufen. Es ist einfach viel, viel wichtiger, eine Position zu haben, in der man frei über die Hindernisse kann. In der man sich nicht stressen lässt, in der man nicht unnötig sich in Positionskämpfe und Vor- und Zurück verwickelt. Mein Ziel war es also, die ersten 2000 Metern einfach jedes Hindernis so gut zu erwischen, wie es geht. Und da Kraft zu sparen und auch irgendwie zu zeigen, dass ich eine gute Technik habe. Das kann man halt nur zeigen, wenn man nicht eingekesselt ist und dauernd von links oder rechts einer kommt. Ich lasse auch immer so leichte Lücken nach vorne, wenn ich über das Hindernis gehe, damit ich nicht auf den Vorderen drauf springe. Und das hat so gut funktioniert. Diese Devise werde ich auf jeden Fall jetzt mitnehmen, dass die absolut die richtige ist in so vollen Feldern. Wir waren da zu 17 unterwegs. Und ja, dann die ersten 1000 waren eben genau das gut gelaufen. Dann bis zu 2000 war es eigentlich genauso. Und dann habe ich halt gemerkt, dass die ersten einfach abfallen von der Gruppe. Und da konnte ich mir Stück für Stück die Leute, die abfallen, aus der Spitzengruppe einsammeln, weil ich einfach noch Kraft hatte. Und dann ging es immer so weiter. Dazu hatte ich natürlich super Unterstützung von meiner Fankurve, die mich in jedem Wassergraben nach vorne gepusht haben. Das hat mir wirklich geholfen. Das war so laut, dass es wirklich einen richtigen Effekt auf mich hatte, dass ich da schneller laufen wollte. Und ja, dann kam das eine zum anderen und ich habe immer mehr Leute überholt. Und dann habe ich gemerkt, ich komme hier unter die Top 10 auf jeden Fall. Und dann habe ich die Zeit auch gesehen und wo ich wusste, das sind fast die Splits meiner Bestzeit. Und dann, ja, auf der Zielgerade habe ich gesehen, ich bin Sechster, habe die Zeit gesehen und ich war mir sicher, das reicht. Und hat es auch. Also, das ist alles neu und aufregend. Ich war noch nie irgendwo bei so einer EM und so ein Vorlauf und Entlauf ist auch neu für mich. Ich bin noch nie Hindernis zweimal gelaufen innerhalb von drei Tagen. Deswegen wird es spannend, ob ich da am Freitag überhaupt noch ins Ziel komme. Nein, aber ich hoffe, dass ich mich gut erhole und jetzt werde ich mich viel ausruhen. Und eine Sondervorstellung für Niklas Buchholz, der hier aber, das muss man offen sagen, von den 15 Finalisten die schlechteste Saisonbeste. Und dann, ja, auf jeden Fall. Jetzt geht ihr gleich die Lichter aus, aber nicht für Sie. Alles Gute! Ja, wir feiern heute, Karl. Ich könnte den Max auch einfach mal vorher schreiben, ob ich fit bin oder nicht. Ja. Weil bei den Deutschen war mir klar, ich bin nicht fit. Und dann sagt er so voll gute Sachen. Und diesmal, ich war vor einem Monat wirklich überhaupt nicht fit. Dann kam St. Moritz und St. Moritz hat mir so viel Kraft gegeben. St. Moritz lief so gut. Und in der letzten Woche habe ich schon gemerkt, ui, es kommt wieder was. Und das wusste der Max natürlich nicht. Weil er nicht da bei uns an Moritz. Hat er das gesehen, dann hätte er bestimmt gesagt, der Mann wird Europameister. Und das wusste der Max nicht. Vielen Dank.